Es herrscht Chaos im Universum, die großen Mächte kämpfen gegeneinander, die stärksten Monster aus zwei Welten, Yoda gegen den Hulk. Das hat nichts mit Rasen zu tun, es ist einfach nur geil. Ich liebe Comics, ich habe immer schon Comics geliebt, ich liebe Science Fiction und deswegen trage ich auch gerne mal solche T-Shirts. Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen und es gibt schon wieder ein neues Video vom Rasenfreak. Heute muss ich jetzt mal richtig aufräumen, weil es hat gestern megamäßig gestürmt und geregnet. Überall sind die Stöcker und die Eicheln und die Zwetschen runtergeknallt. Wahnsinn! Und das muss natürlich alles erst aufgesammelt werden, bevor ich hier vernünftig düngen kann. Hier die Eiche hat hier im ganzen Garten ihre Blätter verteilt. Ein Chaos! Ja, was ich heute machen will, ich will endlich düngen. Endlich! Ich habe jetzt seit fast zehn Wochen nicht mehr meinen Rasen gedüngt, also keine Stickstoffdüngung auf den Rasen gehauen. Ich habe Kalium, Magnesium vor dem Sommerferien gedüngt und der Rasen sieht an sich nicht schlecht aus. Er hat einige braune Flächen, die man leider immer auf den Videos nicht so gut sieht. Der Rasen ist nicht perfekt und einen perfekten Rasen zu erzeugen ist eine extreme Herausforderung. Auch für mich selbstverständlich. Wenn andere behaupten, sie haben den perfekten Rasen, naja, da muss man mal genau hingucken. Also ich habe ihn nicht, aber wir kämpfen natürlich um einen schönen Rasen. Und ich versuche immer in der zweiten Jahreshälfte möglichst wenig zu düngen, um vor allem in die Poa Anua auszuhungern. Ich habe eine Philosophie dahinter. Und zwar gibt es da einen wunderbar interessanten Bericht zum Thema, wie bekämpfe ich die Poa Anua? Wie sorge ich dafür, dass die feinen und auch vielleicht besonders schönen Gräser mehr im Rasen dominieren? Und da heißt es tatsächlich, die Gräser, die viel Stickstoff benötigen, nicht zu füttern, sondern die Gräser wachsen zu lassen, die nicht so viel Stickstoff, nicht so viel Wasser benötigen. Festuca, Rupa Rupa zum Beispiel, das Rotschwingelgras oder auch die Agrostesgrassorten und nicht die Poa, die Rispengräser wie die Poa Anua und auch die Poa Pratensis. Ich meine, ich mag die Poa Pratensis sehr, weil sie eben so schnell eine schöne, dichte Grasnarbe bildet. Sie ähnelt aber der Poa Anua und beide Gräser hungern nach Nährstoffen, hungern nach Stickstoff. Und ich versuche immer in der zweiten Jahreshälfte möglichst wenig zu düngen, um vor allem in die Poa Anua auszuhungern. Das sind aus meiner Sicht auch dann die braunen Stellen, die hier im Rasen entstehen. Das sind die Poa Anua-Nester, die dann so langsam absterben. Und dann werde ich wieder mal im Herbst stark vertikutieren oder grumern, je nachdem. Und das mache ich jetzt schon seit Herbst 2018. Da hatte ich einen komplett Poa Anua verseuchten Rasen, könnt ihr ja gerne mal gucken. Und ich habe mich da halt schlau gelesen. Also die Poa Anua wurzelt ganz flach, braucht ganz viel Nährstoffe und braucht ganz viel Wasser. Und wenn man die aushungert, dann geht sie ein. Wenn man dann vertikutiert, reißt man sie raus. Und wenn man dann mit einer anderen Grassorte, einer schnell wachsenden Grassorte nachsäht, dann kann man tatsächlich die Poa ein Stück weit verdrängen. Und das ist mir gelungen. Ja, hier sieht man schön, wie die Zwetsche hier ihre ganzen Zwetschen auf den Boden geworfen hat. Muss man alles aufhaken, kann man natürlich nicht drüber wegmähen. Geht gar nicht. Ja, also Grassorten. Es ist für mich ganz wichtig, zu verstehen, dass es erstmal grundsätzlich zweimal zwei unterschiedlich wachsende Gräser gibt. Es gibt einmal Gräser, die bilden Horste, das heißt nur so Büsche, wie das deutsche Weidelgras, die Lolium perenne. Oder perenne, perenne, Lolium perenne, das deutsche Weidelgras. Das bildet nur Horste, das bildet nur so Büsche und wächst nicht in die Breite. Es gibt zwar schon Züchtungen, da wächst das Gras in die Breite. Neue Züchtungen, sehr interessant. Der Ben Sims von Lawntipps, der liebt zum Beispiel dieses Weidelgras, das sogenannte Sissy Ryegras. Auch Ryan Knorr, ein sehr erfolgreicher YouTuber zum Thema Rasen, ist auch ein großer Sissy Ryegras-Fan. Also ein Weidelgras-Fan. Dann gibt es natürlich auch YouTuber, die anderes Gras bevorzugen, wie zum Beispiel Connor Ward. Der findet das sogenannte Kentucky Bluegrass, die Poa Pratensis oder die Wiesenrispe, wie wir hier in Deutschland sagen, sehr, sehr schön. Die finde ich persönlich auch interessant. Aus dem einfachen Grund, weil die Wiesenrispe unterirdische Ausläufer bildet. Das ist also ein Gras, was unter der Grasnarbe in der Erde in die Breite wächst und dann immer wieder hochkommt. Dadurch erzeugt die Poa Pratensis sehr schnell eine dichte Grasnarbe. Das ist natürlich für Sportplätze, Fußballplätze, Golfplätze besonders wichtig, weil da wird immer wieder die Oberfläche zerhackt durch die Schläge und durch natürlich die Spieler, durch die Fußballschuhe, wird die Oberfläche aufgerissen und dann muss das Gras möglichst schnell wieder diese Lücken schließen. Und da ist die Pratensis eigentlich das perfekte Gras. Dann ist es halt eben ganz wichtig zu wissen, dass es Grassorten gibt, die zwar Ausläufer bilden, aber oberhalb der Grasnarbe, also oben auf dem Boden, wachsen die in die Breite. Das ist zum Beispiel die Poa Suppina, ein sehr stark oberirdisch ausläuferbildendes Gras und die Agrostis Stolonifera, das sogenannte Flechtstraußgras. Und diese Gräser haben aus meiner Sicht einen ganz, ganz großen Nachteil, denn sie neigen sehr, sehr stark zum Verfilzen und die Arbeiten, die getan werden müssen, um hier eine gute und schöne Grasnarbe zu erhalten oder überhaupt zu erzeugen, sind immens. Ich halte nichts davon. Es gibt andere, die finden das total toll. Aber wenn man nicht regelmäßig lüftet, vertikutiert, das Gras auch kurz hält, dann neigt dieses Gras extrem zum Verfilzen. Deswegen muss noch sehr oft gesandet werden bei diesen oberirdisch Ausläufer bildenden Gräsern. Und das finde ich nicht gut. Das mag ich überhaupt nicht. Ich habe mal hier auf dieser Fläche ein Grün angelegt vor vielen Jahren, da gibt es noch ein altes Video zu, und habe da tatsächlich die Agrostis Stolonifera ausgesät und bin erst total begeistert gewesen und dann verzweifelt. Weil dann wurde das Gras filzig, dann wurde es so dicht, das ist immer so büschelartig, hoch stand, ich konnte es gar nicht mehr richtig mähen, weil der Mäher immer nur hochgedrückt wurde vom Rasen. Und ich fand es furchtbar. Und deswegen bin ich seit Jahren daran, dieses Gras hier zu verdrängen, was sehr, sehr schwierig ist, und durch die Poa Pratensis zu ersetzen. Ganz schwieriges Thema. Also Büschel, Ausläufer, oberirdisch, unterirdisch. So, dann natürlich Schnittverträglichkeit, Tiefschnittverträglichkeit. Manche Gräser können nicht besonders tief geschnitten werden. Andere Gräser können besonders tief geschnitten werden. Das robusteste und tiefschnittverträglichste Gras ist büderweise die Poa Anua. Deswegen gibt es sogar in Amerika Golfplätze, die bestehen nur aus Poa Anua. Ja, aus der Not heraus vielleicht. Auch das kriegt man hin, wenn man das Blühen und das Stängelbilden verhindert durch Wachstumsregulatoren, was wir hier überhaupt nicht machen dürfen. Dann geht auch vielleicht die Poa Anua zu kultivieren. Finde ich sehr schwierig. Dann gibt es natürlich Gräser, die sind sehr grobblättrig. Die Poa Pratensis ist grobblättrig. Und zum Beispiel die Festuca, Festuca Rubra, die Rotschminkgelgräser, die sind sehr feinblättrig. Das ist eigentlich ein sehr schönes Gras. Ein sehr feines Gras, auch ein sehr empfindliches Gras, was auch gerne auf Golfplätzen verwendet wird. Was aber ganz andere Ansprüche hat. Und diese Balance, die jetzt richtig einzustellen und da die richtige Lösung zu finden, ist, finde ich, eine mega Herausforderung. Und so ein System, so ein Rasensystem, das kann ganz schnell umkippen. Dann wird plötzlich der Rasen braun, dann weiß man nicht warum. Dann gibt es plötzlich so Büschel, dann ist der Rasen zu dicht. Dann muss man wieder mechanisch dagegen ankämpfen. Dann muss man düngen, weil man das Gefühl hat, das Gras wächst nicht mehr richtig. Aber manche Gräser wachsen wunderbar. Dann sind die Farbaspekte unterschiedlich. Hellgrün, dunkelgrün. Ich finde das total kompliziert. Und deswegen kann man auch so viel darüber reden. Und schön, dass es natürlich Leute gibt, die auch da so andere Sichtweisen haben. Und deswegen bin ich auch jemand, der sagt, hey, guckt euch alle Kanäle an, lernt möglichst viel und schaut, dass ihr für euren Rasen, für eure Bedürfnisse, auch für das, was ihr zeitlich schaffen könnt, die richtige Lösung findet. Dann seid ihr ein Freak. Viel Spaß dabei. Und bis zum nächsten Mal. Euer Rasenfreak. Ciao. Ciao. Musik 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 Musik